Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf ThieleFootball zum nächsten Stadionvlog. Endlich geht das Fußballjahr auch in der zweiten Bundesliga wieder los und für uns Schalker direkt mit dem Kracher am Samstagabend. Heute geht es gegen den Hamburger SV. Die wollen aufsteigen. Wir wollen erstmal nicht absteigen. So wäre zumindest mal meine Zielsetzung für die Rückrunde. Und das sind natürlich schon verschiedene Voraussetzungen. Das Hinspiel war ja extrem wild mit unserer 3 zu 5 Pleite. Auch heute könnte es ein intensives Spiel werden. Mit vor allem auch zwei tollen Fanlagern, zwei lautstarken Fanlagern. Also eine besondere Atmosphäre sollte auf jeden Fall dabei sein. Ihr seht hinter mir das verschneite und wunderschöne Sauerland. Daraus geht es eben jetzt Richtung Ruhrgebiet, Richtung Arena zum Topspiel der Woche. Schalke gegen Hamburg. Schalke gegen Hamburg. Angekommen auf Schalke mit unserer schönen Arena im Hintergrund. Endlich wieder Heimspiel. Wir haben jetzt gerade 6 Uhr und somit sind wir sehr früh dran. Aber wir kommen eben auch aus dem Sauerland, wo heute unglaublich viel Verkehr war durch die zahlreichen Skifahrer. Auch aus dem Ruhrgebiet. Und deswegen sind wir extra früh losgefahren. Hat alles gut geklappt. Und jetzt geht es also los Richtung Arena. Ich hoffe, heute wird der Stadionvlog auf jeden Fall erfolgreich. Und zudem habe ich auch eine neue Kamera am Start. Also hoffentlich klappt auch das alles, wenn es ein paar Wackler gibt oder manche Sachen noch nicht ganz so flüssig aussehen wie sonst, dann verzeiht mir das. Aber egal. Hamburg gegen Schalke. Hamburg ist bei uns zu Gast. Ich habe unglaublich Bock auf dieses Spiel. Und jetzt geht es langsam los. Heute aus Gründen mit dem Golfkart zum Stadion. Gehen wir mal was Neues. Warum nicht? Vielleicht sind wir auch da. Sehr angenehm. So zum Stadion. Und genau da sind wir jetzt. Das ging zügig. Das war angenehm. Weil einer von meinen Kollegen heute mit Krücken unterwegs ist, kann man dann eben als Beifahrer da mitfahren. Da habe ich mal genutzt mit ein paar schönen Aufnahmen. Und jetzt sind wir direkt am Stadion. Um Viertel nach sechs. Also noch eine Viertelstunde. Dann gehen auch hier die Tore auf. Endlich wieder Stadion essen. Auch Schalke. Los geht es heute mit einer Pizza. Pizza hier. Immer gut. Und da sind wir. Endlich wieder Heimspiel in unserer Arena. Dach ist auf. Also wird auf jeden Fall ordentlich kalt werden. Aber egal. Hauptsache Top-Spiel. Flutlicht. Viel Stimmung. Und die wird es geben. Bevor ich später vergesse, ganz kurz jetzt schon mal zu meiner Prognose. Ich habe im Vorhinein schon 3 zu 3 getippt. Ich kann es aber auch heute sehr schwer einschätzen. Hamburg ist eine unglaublich starke Mannschaft. Aber eben auch mit Anfälligkeiten der Defensive. Die bringen aber sicherlich 6.000, 7.000, 8.000 Fans mit aus dem Hohen Norden. Und das wird dann natürlich schon ein richtig starker Gegner sein. Auf unserer Seite war man sehr zufrieden mit dem Trainingslager. Wir haben keinen Neuzugang. Die Testspiele waren sicherlich ganz gut. Aber ein Fliegspiel, dann auch noch ein solches gegen Hamburg, ist halt nochmal was ganz anderes. Ich glaube, an viele Tore, an viele Torszenen, an einem 3 zu 3, wäre sicherlich ganz okay als Auftakt. Aber wir haben halt auch eine brenzlige Ausgangslage als Tabellen. Es sind da 14. 15. 14. sind wir mit gerade mal, ich glaube, 3 Punkten, Vorsprung auf Platz 16. Und jetzt auch auf Platz 17, wenn Braunschweig gewonnen hat. Es ist Druck am Kessel. Wir sind weiter im Abstiegskampf. Wollen da raus, müssen da raus. Und dafür kann man heute schon mal den ersten wichtigen Schritt gehen. Aber es wird schwer. Auf Schalke gibt es ja jetzt auch neue Bierpreise, neue Bratwurstpreise, generell neue Cateringpreise. Nun haben wir also hier einen halben Liter Bier für, ich glaube, 5,10 Euro sind es jetzt. Ist natürlich durchaus teurer geworden. Im Vergleich zu anderen Stadien immer noch relativ normal, aber halt normal teuer. Das ist sicherlich auch klar. Schmeckt noch genauso gut wie letztes Jahr, trotz Preise höher. Und auch im neuen Jahr, im neuen Stadion, ja, natürlich immer wieder Bratwurst am Start. Die Wurst, einfach, köstlich. Ich habe heute extra nicht viel gegessen, damit ich heute Abend viel essen kann. Deswegen erst Pizza, jetzt Bratwurst, gleich gibt es sicherlich auch noch mal was anderes. Schmeckt. Die Spieler sind schon mal da. Unter anderem natürlich Henning, Matricciani. Mal schauen, wie Karel Gerraths heute aufstellt. Die erste Elf ist ja relativ fix im 4-4-2-System mit Raute. Aber vor allem auch die Kaderplätze. Kaper aus Van der Sloot oder auch Castello aus der U23 haben guten Eindruck hinterlassen im Trainingslager. Vielleicht ist der eine oder andere heute mit dabei. Stunde vor den Pfiff. Unsere erste Elf ist da. Das ist die erwartete. Mit Ralf Herrmann im Tor. Krona, Kala, Skawinski, Owen hinten drin. Möckin fehlt da gesperrt. Segewin auf der 6. Idrissi, Mohr, Hamburg, Finalposition. Caravan auf den 10. Hinter, Teodde und Top. Auf der Bank haben wir Kamadayi und Lasme wieder. Die sind wieder fit. Auch Castello hat es in den Kader geschafft. Marius Müller sitzt heute wieder auf der Bank. Mal gucken, wann er wieder topfit ist wie die Startelf. An sich ist er sicherlich auch an unserer Nummer 1. Zumindest von dem, was er bislang gezeigt hat. Und ansonsten haben wir noch Baumgartel. Wir haben Matriciani auf der Bank. Schallberg, Tempelmann. Sieht auf jeden Fall rein vom Personal gut aus. Und so wie man es aber natürlich auch erwarten konnte. Dritte Speise an diesem Abend. Eine richtig schöne Currywurst auf Schalke mit Jalapeños. Die dampft auch noch wunderbar. Und dann geht es hier gleich los. Eher Bock. Hier sind die beiden zum Vorwand. Zurück da kommt. Jetzt beginnt die 1 im Tor. Rolf. Fährmann. Wobei 32 Marius Müller. Fußball gut. Heißt V-Fame-Log auch sehr, sehr gut gefühlt. Die hatten ja auch eigentlich heute eine Choreo angenacht. Die wurde aber unter anderem von der Polizei gelbentirchen verboten. Und da gab es dann auch Kritik von Schalker Seite an dieser Entscheidung. Also da oben das Problemfenster ist weiter ein Problem. Und so mit Choreos auf Schalke ein schwieriges Thema. Aber Hauptsache bei uns die Nordkurve ist voll. Aber natürlich schade, wenn dann so eine Choreo wie bei Hamburg nicht genehmigt worden ist. Die Stimmung wird aber logischerweise auf beiden Seiten sicherlich auch auf der SV Seite richtig, richtig gut sein. Die brennen alle für den Auftakt in die Rückrunde. Und dann kommt Heuer Fernandes und jetzt wird es zum ersten Mal auch in Sachen pfiffen. Sehr laut. Wow, Hamburg hat gerade ordentlich Leute mitgebracht. Und da kommt der ASO mit Ludewald Reiß erst mal auf der Bank. Ich bin sehr gespannt. Richtig gute Mannschaft. Wir soffortieren die Mannschaft mit 17 Schalker. Null mehr. Der Säckl. Oh Mann. Und dann aber die entscheidende Gegentor in der Schlussphase, in der Nachspielzeit massiert. Und ich glaube, alle hoffen natürlich darauf, dass es heute einen ähnlichen Spielfilm gibt. Nur mit Repetit. Wir gucken uns gleich mal die, wie langsam, vorher, aber noch... So weit. Und das ist ja normal, das ist keine schlechte. Jetzt gesagt, führen wir über den Spielfilm auch weiter zu ziehen. Auch hier nochmal ein klares Seichen gegen den Investorendeal der DFL. Der FC Schalker 04 wird das andenken an Franz Beckbauer und Kai Bernstein stets in Ehre. Und wir können das Licht ausmachen in genau 4, 3, 2, 1 und aus. Steiger Lied. Glück auf. Der Steiger kommt. Raus, raus. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Na klar, Herr für uns die Macht. Pass schön auf. Und drauf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Wir sind in der IT-Bestin. Beide. Bär, 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 Bär. Blau und weiß, wie lieb ich dich aus, Stefan. 145 Schalke, niemals runtergeh. Zahle, runtergeh. Wenn wir dich so lieben, Männer weiß es ganz genau. Schleust raus, wir werden uns fliegen. Guter, mutiger Beginn, heute noch so. Weggerutscht. Schuss! Jetzt geh! Schuss! 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 20 Minuten rum, wenige Chancen an beiden Seiten, aber das gefällt mir bislang sogar halbwegs gut. Also besser zumindest als erwartet, hinten lassen wir zum Glück noch wenig zu. Aber nach vorne muss ein bisschen trinkender werden. Mein Gott ist der frei! Meinz und der ASV, Frey, komplett frei, 5 Meter Raum da bei Köppen. Das ist halt einfach schlecht verteidigt. In der Wand! Weiter geht's! Ohohoho, Tironi! Schade! Wir machen es aber. Mann! Ah, gelb. Ah! Mann! 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 Das ist so einfach! Mann! Es geht viel zu einfach. Sie ist noch bändisch im Sport und noch frei abziehen. Das ist so schlecht verteidigt. Das ist so schlecht. Mann! Mann! Ich gucki, ich gucki, ich gucki. Mann! 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 Komm jetzt! Komm! Super, Brunnen! Ja, es ist Pause. Mal kurz rausgehend für das Luftschnappen nach einer schlechten ersten Halbzeit. Ich fand, wir sind ganz gut reingekommen. Zumindest mit viel Power, mit viel Elan eben auch nach vorne. Hamburg macht es solide, auch nicht überragend. Müssen sie aber auch nicht. Weil wir sind dann mal wieder in der Defensive zu schläfrig, zu schlecht, was auch immer. Und nach vorne hin war es eben dann auch nach einer relativ guten Anfangsphase, wie ich fand, zu wenig. Also auch da zu wenig Tempo, zu wenig Ideen und wenn dann viel zu viel, klein klein. Und so wird es dann eben auch in Halbzeit 2 sehr, sehr schwierig. Irgendwas muss sich ändern. Ein bisschen mehr Winning-Mentality von Karel Gerraths. Es ist zu wenig. Es ist deutlich, deutlich zu wenig. Und Hamburg macht das, was sie machen müssen. Sie müssen kein überragendes Auswärtsspiel machen. Das solide Auswärtsspiel von ihnen, das reicht. Und das ist bitter und da ist Schalke mal wieder selber schuld. Aber trotzdem natürlich schön, wieder ein Heimspiel zu haben. Wieder hier im Stadion zu sein. Und danach am Samstagabend. Traumhaft. Auch wenn das Ergebnis eine Enttäuschung ist. Das ist ein halbzessive Ausbildung. Und das ist ein halbzessive Ausbildung. Alter, oh, Koloss, Mann, das gepumpt entkippt mir jetzt. Mann! Oh, Mann! Mein Gott, wir sind Hamburgs beste Verteidiger. Doppelwechsel, Mohr und Top raus, Tempelmann, lass mal rein. Schauen wir mal. 25 Minuten, eh irgendwie ein Tor machen, da muss was drehen, ansonsten, Hamburg macht das einfach defensiv sehr stark. Wie im Hinspiel, ey. Wie im Hinspiel, unglaublich. Hey, hey. Jetzt geht es ein Debüt bei uns mit Niklas Kastelle. Stürmer aus der U23, gute Vorbereitung, ein weiterer Stürmer für uns. Warum nicht? Niklas Kastelle. Niklas Kastelle. Oh, Mann, ey. Das ist was. Oh, was gibt es, Mensch? Oh, Mann. Oh, es ist wohl egal. Oh. Feierabend auf Schalke Und somit war das also unser erstes Heimspiel im Jahr 2024 Vor mir steht gerade ein Auto, deswegen bin ich gerade ein bisschen rot Und ja, rot ist finde ich auch weiterhin die Lage auf Schalke Denn sie ist und bleibt gefährlich Wir sind im Abstiegskampf der 2. Bundesliga Und ich fand, dass man heute auch nochmal gesehen hat, warum wir das sind Es war defensiv keine gute Leistung, es war offensiv auch keine gute Leistung Und dann hast du halt einfach zu viel Durchschnitt, zu wenig individuelle Qualität Um Hamburg auch wirklich mal gefährlich werden zu können Ich fand, der HSV hat heute vor allem auch defensiv eine wirklich gute Leistung abgelegt Ambrosius, auch Ramos haben unglaublich viel weggearbeitet, wo es auch schwierig war für uns Aber selbst Hamburg musste nicht mal sein bestes Aussettspiel machen Und das fand ich auf jeden Fall schon mal ein klares Signal dafür, dass bei uns noch was passieren muss Klar, die Stimmung im Trainingslager soll gut gewesen sein Die Mannschaft harmoniert immer besser Die Testspiele waren nicht verkehrt Aber davon kannst du dir einfach nichts kaufen Wenn du dann, wenn es um was geht, in einem Ligaspiel Samstagabend, Flutlicht, Topspiel der Woche Gegen einen Top-Gegner zu wenig zeigst Die Stimmung auf den Rängen war sicherlich auch schon mal besser Auch da merkt man einfach aktuell Es ist einfach aktuell auf Schalke ein ganz, ganz komisches Gefühl Der letzte Power fehlt, glaube ich, irgendwie bei jedem aktuell Und jetzt sind wir weiter im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga Von unten macht Braunschweig Druck Mal gucken, was morgen dann noch die weitere Konkurrenz so macht Und dann geht es nächste Woche auf den Betzenbech zum 1. FC Kaiserslautern Freitagabend, Flutlicht Wird sicherlich auch wieder arschkalt sein Und auch das wird ein ganz brenziges und schwieriges Spiel Ich bin noch dort vor Ort Werde für euch auch dort einen Stadionvlog aufnehmen Auf dem Bett zu begegnen den FCK Und das wird ein ganz, ganz, ganz wichtiges Duell im Abstiegskampf Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Tage passieren wird Daku Shulinov, habe ich kurz am Spiel gelesen Soll wohl jetzt tatsächlich laut Sky vor einer Rückkehr zu uns stehen Auch Thema Rechtsverteidigung ist für mich ein wichtiges Auch Thema Innenverteidigung bleibe ich bei Ist für mich ein Thema, was man noch angehen muss Denn man darf eines nicht vergessen Auch wenn wir im Abstiegskampf keine Rolle mehr spielen werden Spielen wir im Abstiegskampf eine große Rolle Stand jetzt Und da müssen wir wirklich raus Und das kann ganz schnell gefährlich werden Jetzt die nächsten zwei Duelle, Lautern und Braunschweig Das sind direkte Fights Da müssen wir da sein Da muss die Mannschaft liefern Da muss jemand noch mehr liefern als heute Denn heute war es zu wenig Eure Meinung könnt ihr mal gerne zum Spiel und zum Vlog in die Kommentare schreiben Ich habe während des Spiels gemerkt, dass manche Aufnahmen nicht so perfekt waren Neue Kamera ist oftmals noch ein bisschen ungewohnt Verzeiht mir das für je und heute Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder in Kasachlautern Da sind wir zu Gast In dem Sinne, macht es gut, ciao und bleibt am Ball Das war's für heute Einmal Das war's für heute Und dann Das war's für heute Wir haben die Kommentare In der nächsten Mai Vielen Dank.